Wann zeigt sich ein wahrer Charakter oder wann zeigt sich der wahre Charakter eines Menschen? Das ist so eine Frage, die sich viele immer wieder stellen. Wie bekomme ich heraus, was so ein Mensch, der mit mir ist, wirklich ist? Wie er wirklich tickt? Was wirklich in ihm vorgeht und wie er reagiert? Wie er mit mir und anderen Menschen und Situationen umgeht? Das heißt, wir wollen da eine gewisse Sicherheit haben oder wir sind einfach nur neugierig, wie so ein Mensch ist, wie ein Mensch ist tatsächlich. Wie ist der wahre Charakter eines Menschen? Und Menschen zeichnen sich ja immer wieder dadurch aus, dass sie alles Mögliche vorgeben, dass sie brillieren auf eine bestimmte Art und Weise, also meinetwegen mit ihrer Sprache oder ihrem Outfit oder ihren Titeln, ja gar Karriere, einen bestimmten Lebensstil und so weiter. Aber das ist natürlich nicht der wahre Charakter eines Menschen, sondern der wahre Charakter ist viel, vielfältiger. Und wann können wir den wirklich mitbekommen? Und die Antwort ist natürlich in Lebenssituationen, wo wir sehr dicht miteinander sind, wo wir alles Mögliche mitbekommen, Tag und Nacht, Essen, Krankheit, Wohlbefinden, Nichtwohlbefinden, glücklich sein, Launen und alles, was das Leben so ausmacht. Vor allem auch gerne in Grenzsituationen, also in Situationen, wo die Fassadenhaftigkeit dann nicht mehr zählt, wo sich zeigt, ist jemand dann tatsächlich hilfreich oder nicht, rastet er aus, tickt er aus, taucht er ab, flüchtet er. Flucht ist auch etwas sehr Häufiges, was wir bei Menschen nicht mitbekommen, wenn wir sie nicht intensiv kennen. Und das intensive Kennen und das intensive Begegnen ist immer wieder im Leben sehr interessant und herausfordernd. Also all diese Etiketten, all diese Klischees, all das, ich möchte gern auf eine bestimmte Art und Weise rüberkommen, beuckelt ab in solchen Situationen. In den Situationen, sich dem eigentlichen Leben in seinen Problemen genauso wie in seinen Nichtproblemen zu stellen und damit umzugehen. Das ist interessant und das verbindet uns als Menschen. Diese Extremsituationen, diese Grenzsituationen verbinden uns tatsächlich, weil da entsteht wahre Liebe und da zeigt sich eben der wahre Charakter eines Menschen. Da zeigt es sich. Und das ist ungeschönt, positiv und negativ. Es gibt viele Aspekte und es geht nicht darum, nur etwas Bestimmtes darstellen zu wollen, was viele Menschen heutzutage absolut drauf haben. Das ist ein Grund, warum ich auch sehr unkonventionelle Videos mache. So wie hier im Keller, mitten im Keller plötzlich. Und da fragen sich manche, mein Gott, hat der kein Studio, wie ist er denn drauf? Der ist mal da und mal dort und genau darauf kommt es mir an. Und das hat etwas mit wahrem Charakter zu tun. Wirklich, dich zu zeigen, wie du bist, in deiner Freundlichkeit, aber auch in deiner Unflätigkeit, in deiner Unwirrschheit und all dem. Vor allem in der dichten Begegnung, tatsächlich. In der dichten Begegnung zu Menschen, wo wir uns nicht scheuen, diese Dinge entstehen zu lassen, diese Dinge auszuhalten und dann zu kommunizieren und gemeinsam zu kooperieren und all das, was wir so als Menschen tun können. Da zeigt sich der wahre Charakter von uns Menschen. Alles andere ist geschönt. Alles andere ist kontrolliert, ist schabloniert, ist in dem Sinne tatsächlich einseitig. Und wenn wir den wahren Charakter von uns selber kennenlernen wollen und von anderen Menschen, dann gilt es einfach nur, das Leben zu erfahren, damit umzugehen, es zu teilen. Wie gesagt, zu kommunizieren, zu kooperieren und auch auszuhalten. Es geht oft um das Aushalten des Lebens und es ist manchmal gar nicht so einfach. Da zeigt sich der wahre Charakter von Menschen. Außerhalb dieser ganzen Schemenblöcke, die wir haben, dieser Konzeptualisierung und all dem, das ist eben das Unkonventionelle, aber auch das sehr Berührende, wenn wir das mal auf den Weg bringen.